Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Agents of Mayhem. Begeben Sie uns zum Startpunkt Ihres Einsatzes. Vorher bräuchte ich ein Auto? Und möchte bitte vorher nicht überfahren werden. Dankeschön. Ach, hier geht es bestimmt schneller. Ah, Hilfe! Ja, zu powerful für mich. Ja, zu früh gedriftet. Oh Gott, das will. Aber okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und los geht's. Apparations Star Power, gemeinsame Arbeit. Benefits-Konzert, ich bin die Welt. Hear that? Das ist love, baby. They love you. It's showtime! Wie viele? Das ist nur ein Stopgap. Wir müssen die größte supply. Ich sende Sie Co-ordinates, Agent. Friday! Sie sind die Persefone? Nein! Ich habe nur die größte Intenten von ihrer Statement. Oh! Oh, you know, you look all prim and proper, but you got a deceptive streak. Sorry. Oh, Fahrzeugskin-Opergine. Kann ich jetzt bitte rein? Ich mag ein paar Leute umhauen. Oh, oh. Ah, was bist du? Ah, so ein ähnliches. Dann hab ich hier aber auch schon mal. Äh, Hilfstruppler, Helfer auf dem Schlachtfeld, bieten Unterstützung und Boni für Legion-Trupps. Uncool. Oh, geil, ich bin tot. What the fuck? Ich glaube, ich muss erstmal den Hilfstruppler loswerden. Boah, Alter. Das ist ganz schön stark hier. Komme ich da irgendwie hoch? Aua, warum kann ich denn nicht springen? Ah, da kommt er wieder. Bereits zur Hilfe. Wo ist jetzt der andere? Achso, unter mir. Über mir? Unter mir. Hallo. Die Deutschen müssen mal wieder den Tag retten, ne? Hahaha. Warum ist er denn so voll gepanzert gerade? Na, komm her. Komm hoch zu mir. Oh, da ist irgendwas. Wechseln! 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 Oder auch nicht. Du blickst es anscheinend hin. Auch nicht gut, nicht gut, nicht gut. Du übernimmst es okay, sie übernimmt. Geil, noch in den Rücken gedrehten finde ich gut. Jesus. Ja, hat mich am Anfang aber auch ein bisschen sehr dumm angestellt. Muss man schon sagen. Ich mag Fortune, aber sie steckt halt auch nicht so viel ein. Da muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Was geht denn da hinten bei euch? Aua, ich hecke überall fest. Ah, warum komme ich hier oben denn, du ums Land? Warum ist der unverwundbar? Warum tut der sowas? Unerfreuliches. Komm hier einfach nicht durch, na gut. Waa! Okay, Fortune, das war gut. Das haben wir gut gemacht. Sammeln wir noch das ganze Geld ein. Ja, das ist, wie gesagt, so genau sehe ich das auch. Puh. Okay. Wie sie grinst und wie ihre zwei Haarschlehen nach oben flattern. Hier auch noch. Eine Kiste? Nein, keine Kiste. Wie, nicht überall eine Kiste in jedem Raum. Das ist ja eine Unverschämtheit. Welcome to the Get-Gauntlet Omni-Directional-Control-Hub. I can reach each and every Get-Gauntlet from around the world and across the globe from right here. The brain to the next room's heart. Ah! Bitch! Ich würde gern... Oh ja, da zieht sie gerade auf mich. Ich muss tatsächlich mal was gucken. Weil ich irgendwas vergessen habe. Interagieren, Scan-Spur. Tarnung, Sprung. Fahrzeug anfordern, genau. Kremlin-Technologie war L1. Okay. Okay. Nein, das ist... Ich war in der Bitch treffen lassen. Und hier ist eine Scheibe. Okay. Jetzt, wo ich wieder weiß, wenn ich eine Kremlin-Technologie nutze, kann ich mir die vielleicht auch das mal holen. Okay. Nicht da rein! Okay. Ich will hacken. Glaube ich. Oh nein, ich soll einfach nur töten hier. Okay. Ja, nice. Äh. Ich hab die ganze... Also... Es ist schon ganz cool. Ich hatte aber nur wirklich vergessen. Ich weiß, ich hab keine Technologie sehr selten benutzt, weil ich wirklich vergessen habe, was ich tun muss. Aber jetzt gerade dachte ich mir, ich probiere es dann von mir wieder aus und es ist hilfreich. Yeah! Ach komm, lass mal jemand anderem wieder ran. So, was seid ihr denn alle? Down. Down. Ja, das liegt doch, oder? Oh! Danke für diesen Eindwurf. Dann mal los. Ah, oder? Schnell raus, da. Oh, schnell, 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 ja, dafür braucht ihr gar nicht eure Leute, ich hänge überall fest. Ah! Wo soll ich hin? Raus hier, raus hier, raus hier! Wo lang? Da lang. Lauf, 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 Kingpin! Warte, das hier... Ah! Ah, komm mal noch raus, schaffen wir das? Ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich war dazu geboren, ein Partycrasher zu sein. Oh nein, es geht wieder auf Zeit. Dafür wurde ich nicht geboren. Das ist eigentlich das Gegenteil, bevor ich geboren wurde. Das ist Gorn's opening act, Signing off. Poor girls have no idea with whom they're associated. Anyway, I assume you managed to take care of business down there, Agent. Ah, dass er wirklich länger fahren kann. Warum darf er überhaupt die Koordinaten eingeben? Wer hat ihm das erlaubt? Ich hab ein bisschen Angst. Schön langsam und geschmeidig. Obwohl, es ist eine allgemeine Zeit, die da abläuft, ne? Oh, oh. Ah, ist nicht so gut. Okay. Achso, das ist der Sprung. Eissi. Ah, betreten sie in den nächsten Raum. Ja? Okay. Soll ich hinbekommen. Ah, es geht los. Es geht los. Ah, es geht los. Ah, es hat mehr Sinn. So, das ist nicht mehr. Wo ist er? Ich glaube nicht. Das war ein schöner Bitch-Slap für deinen Scheiß-Gesang hier. Oh. Okay. Laser. Ah, 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 ah. They thought I was done for. They thought Gaunt was got. Shh. But they don't know me, do they? They don't know that I'm the master of the combat. And I'm chewing gum till I'm crazy, y'all. Oh, nicht so wieder einer, der sich in seiner Kugel versteckt. I never go anywhere without my posse. Of course you wouldn't know how that feels, huh? No life. Careful. He has both his roadies and the crowd on his side. Uh, uh. That crowd better not be on his side. Two reasons. So, wo sind denn seine Leute? Schnell wechselbereit zum Bau, das freut mich. Na, wo sind denn die Leute? Na, da sind die Leute. Schnell wechseln die Leute. Wo sind die anderen da? Oh, ich hab keine Schilde. Warum hab ich keine Schilde? For fuck's sake. Ah, nicht gut. Wo ist der Typ, der ihn supportet? Roger, du übernimmst. Komm, wir machen mal ein bisschen Spaß. Na, was seid ihr noch so? Enten läuft noch einer rum. Und noch einer. Na, wie viele habt ihr denn? Und seine Crew ist viel zu groß. Oh, keine Snapper-Olle, oder? Ne. Was bist du? So ein Typ. Nicht gut. Auch nicht gut. Ach, wo seid ihr denn alle? Oh, oh. Das ist am allerwenigsten gut. Ah, wo sind die Snapper-Olle? Ja, aber du bist fast tot. Aber okay. Ach, was denn? Was hast du jetzt, mein Freund? Oh, 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 okay. Yeah. Okay. They have things, they go, they go, they gonna stop me? Haha. Stop me, but. Okay. Well, that little gauntse, a fraud, a total fraud. His microphone is tied to some sort of wireless autotuner. It's time to close out this show. What do you say? Es ist mehr Lager. Komm schon, jetzt ziehen wir es durch. Schalten Sie ganz Fans aus, okay. Ich will sie ja nicht töten. Ja, ich kann dir das Ding einfach von der Birne hauen, das ist ganz nice. Wenn ich den mal treffen würde. Los, lauf! Ihr seid frei! Bestimmt. Hacken! Was soll ich ausschalten? Was schalten Sie die Garnets von Guns Fans aus? Sorry, ich will nicht noch mal treten, ich will nicht treten. Jesus! So, haut ab! Ich muss jetzt hier hoch, wenn ich das richtig sehe. Yep! Uh, kommt schon! Kommt her, Kinder! Oh! Mit Anlauf habe ich nicht getroffen. Tragisch das! Was soll der Scheiß denn? Hau ab! Und du auch! So! So, noch mehr! Ha! Achso, ich kann es mal aussuchen. Okay! So! Oh, Jesus! Ah, ist das schnell! Oh, ich bin zu langsam bei dem letzten! Okay, so rum war besser. Oh, scheiße! Was? We hate you, God! Okay, stopp! Oh, stopp! Oh, stopp! Oh, stopp! Ich hab ihn. Ja, nice! Würde ich mal sagen! Das lief doch total geschmeidig jetzt! Bis auf den Ton am Ende. Der wollte wieder nicht so geschmeidig. Aber dafür kann ich nichts. Das liegt am Spiel. Ich werde nie müde, das zu betonen. Einsatz abgeschlossen! Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Kingpin Stufe 11. Die anderen beiden haben auch fast noch einen Ausstieg bekommen. Verbesserungskern, Belohnung. Ganz viel Liebe. Backstage, in der Zwischenzeit. Ja, das hab ich ja jetzt mal überhaupt nicht verstanden. Garnt erwischt! Gott, Garnt! Ja, ha, 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 ha! Soll ich hier irgendwo ein Kristall? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Krieg ich hier irgendwo eine Kiste? Ich hätte Bock auf ein neues Outfit. Das habe ich mir eigentlich verdient. Und irgendwas hinten greift mich schon wieder an, deswegen laufe ich in die Richtung. Da hinten ist was. Oder nicht? Was war das denn jetzt? Das ist auf jeden Fall ein Kristall gewesen. Oh, da ist eine Kiste. Geil! Oh, shiny! Ich habe mir extra das Upgrade geholt, damit es wahrscheinlicher ist, dass ich Klamotten bekomme. Also bekomme ich keine Klamotten. Bei der ersten Kiste, die ich nach diesem Upgrade geöffnet habe. Äh, ja, ich weiß, wir sind eigentlich erst mal 26 Minuten. Aber ich habe gerade Bock, ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Kommandant ist eine Kiste. Und Kisten zu looten. Ich denke, was Großes werde ich jetzt eh nicht mehr anfangen. Vielleicht kommt mir ja gleich irgendwas entgegen. Hier war irgendwo eine Kiste. Laber doch nicht, da. Kremlin-Technologie-Dinger. Konnte ich zwischen den Kremlin-Dingern hin und her wechseln? Das weiß ich jetzt gerade zum Beispiel auch nicht mehr. Konnte ich das irgendwo ausrüsten? Inventar? Ja! What the fuck? Ist da viel Zeug. Aber auch teilweise immer nur so eins davon. Gut, da kann ich mich daran erinnern. Das haben wir einen gemacht. Das fand ich nicht so geil. Was ist das hier? Das Wechseln des Agenten im Feld sorgt für eine Explosion. Das ist ein bisschen cool. Okay, okay, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß jetzt wieder, wie man das benutzt. Also können wir demnächst mal wieder Kremlin-Technologie machen. Was haben wir hier? Warte kurz. Warte kurz. Da habe ich zwei... Beim ersten Einsatz erhält Joule geschützt zwei Einheiten Befähigung. Das ist nicht dumm und kostet jetzt auch nicht die Welt. Schrott haben wir sowieso und alles andere an Mass. Deswegen... Achso, ich kann das hier nicht machen. Das kann ich nur bei Kremlin oder auf dem Schiff, schätze ich mal. Na gut. 17 Verbesserungskerne habe ich schon wieder. Alter Schweda. Oh, das könnte ich gerade auch machen. Hier für Kingpin einmal. Zwei Punkte. Äh... Schild-Neustart. Stärkerte Spezialfähigkeit würde ich einfach mal auf beides was geben. Und für Red Card habe ich auch nochmal drei Punkte sogar. Auflade-Reduktion der Spezialfähigkeit. Lebensentzug des Gegners pro Kill. Machen wir nochmal Schild-Neustart. Nack am Schaden fürs Team ist halt eigentlich auch eine ganz gute Sache. Und hier nochmal. Okay. Kiste? Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Kiste? Döchern sollst du ja auch öfters mal geben. Aber anscheinend... Nee, ich hoffe, die sind Döchern aber da hinten. Hab's genau gesehen. Ja, das war ein Televisional-Pilot. Ich bin ein Aktor, nicht ein Astronaut. Ha, 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 ha. Das finde ich sehr witzig. Ah, ja, der Deutsche. Ha. So, da oben ist irgendwas. Ich würde da gerne hoch. Ich würde da gerne hoch. Da war eine Kiste. Wenn da eine Kiste ist, gibt es dort einen Weg hin. Das ist direkt die nächste. Schön. Oh, shiny. Mir ist gerade ein bisschen nach Looten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Vielleicht finden wir ein schickes Outfit. Das ist ja eigentlich der Plan. Finde ich aber nicht. Naja, Bauplan. Erschütterne gewollt. Die Erschütterne gewollt. Da hinten ist eine Kiste. Darf ich nicht? Oh Gott, ich sehe nichts. So viele Kisten und keine Klamotten. Ich komme. Ich komme, Kiste. Ah, da links ist auch noch eine. Sehr gut. Der Scanner ist echt weitläufig. Wo waren das jetzt? Da. Da war irgendwo hier lang. Da. Da rechts ist auch eine. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme die linke. Hm. Also irgendwie... Naja, Blaupausen finde ich momentan schon ein bisschen. Das ist wahr. Huch, nein. Das wollte ich nicht. Das ist eine Essige Karre. Ich will hier raus. Was will ich denn mit dem Auto? Oh, die Kiste verloren. Ne, da ist sie. Jetzt habe ich sie verloren. Ne, da ist sie. Haha. Ah, warte. So komme ich da nicht hoch. Aber so. Ah, wo sei ein Stolz für? Daisy. Die könnte ich auch tatsächlich mal wieder mitnehmen. Dann scanne ich jetzt noch ein, zwei Mal. Und wenn ich dann in unmittelbarer Umgebung nichts finde... Äh. Zu spät. Wollte ich eigentlich gerade sagen, können wir nochmal zurück auf die Ark und vielleicht nochmal wieder austauschen. Die Leute. Aber das können wir gleich auch noch so machen. Noch mal ein bisschen länger dafür, dass wir jetzt nicht wirklich was Produktives gemacht haben. Außer hier am Geländer rum zu ratten. Hallo. Ich bin da hoch. Jetzt geht er da hoch. Voll schön. Schöne ich so an. Noch irgendwo eine Kiste? Ja, da hinten. So viel Loot. Oh, okay. Okay, ich bin oben. Ich habe schon wieder ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Wow. Ich weiß, dass ich das kann, aber ey. Kissen. Jetzt weiß ich nicht, was da drinne war. Aber anscheinend kein Outfit oder Auto. So, das würde er mir anzeigen. Soll ich denn an den rankommen? Wahrscheinlich muss ich hier hoch. Ah! Ah! Okay, warte kurz. Ich krieg das hin. Yes! So. Gut. Dann werde ich jetzt aber zurück auf die Ark. Oh, falscher Knopf. Ahem. Ahem. Okay, da sind wir wieder zurück. Gibt es eigentlich wieder eine Einsatzbesprechung? Ne, ich glaube dann wird er mir das sagen. Ansehen? Ah, das Ding hier. Ne. Na gut, ich würde aber vielleicht doch sagen, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Kremlin-Technologie und uns ein bisschen Autos angucken und dann irgendwie die neuen Agenten auswählen, das würde jetzt wahrscheinlich doch nochmal wieder fünf München dauern. Damit würde ich dann eher die nächste Folge... Beginn... Beginnen! Und diese hier jetzt beenden, in der Hoffnung, dass sie euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.